Die Drogenkuriere Meine Herren, dürfte ich in Ihren Arbeitsplatz mal etwas genauer beschreiben? Taktisches Narkotika-Tief. Der liebe Gott hat mir was geweichtet. Er hat dich nur geschickt, um mich zu prüfen. Hat dich jemand angeschossen? Jemand warst du. Ich? Ich hab dich angeschossen? Ja. Was hast du überhaupt? Deine Glocken bimmeln doch noch. Taktisch-diskret mit Fingerspitzengefühl und Raffinesse. Sag mal, bist du eigentlich ein Bulle oder ein Model? Das ist nur ein Ding und es knallt. Sag das deinem Schneider. Sag ich nicht. Mit Fingerspitzengefühl. Das ist alles nur deine Schuld. Hättest du was dagegen, wenn wir das später klären? Ich bin der Tag. Nein. Nein, ich will aber jetzt darüber reden. Dann frag die doch mal, wie es mit der Pause aussieht. Polizei, stopp! Fahren Sie bitte recht dran! Was machst du da? Mann, wer hat eine Knarre? Schieß! Jetzt kannst du ihm deine Marke zeigen. Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Harte Jungs, was habt ihr vor? Das war ein hübsches Eigentor. Sag mal, hab ich zufällig was am Ohr? Ich wollte nur ein bisschen Witz reinbringen. Das Leben ist kurz. Ich liebe dich. Die Liebe hält ewig. Willst du mich heiraten? Gracie hat sich zu einer scharfen Braut gemausert. Hey, du sprichst ja meiner Tüchter, klar? Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Bevor sie dich trifft. Es waren Teile eines Asteroiden. Der Neue, von dem sie sprechen. Wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben. Nicht mal Bakterien. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Seid ihr dabei? Bezahlen die auch schlechter Geld? Wir machen es. Sie stellen allerdings ein paar Bedingungen. Die lauten? Oskar hat noch ein paar unbezahlte Strafzettel. Max hätte gern, dass Michael Jackson wieder schwarz wird. Wird etwas schwierig werden. Ach ja, und noch was. Sie wollen keine Steuern mehr zahlen. Nie mehr. Astronauten werden jahrelang trainiert. Ihr habt zwölf Tage. Wenn Sie mich mit dem Ding pieksen, rahm ich Sie in den Hintergrund. Ich hoffe, Sie haben noch nie jemanden im Stich gelassen. Ich habe einen Dickschädel. Reicht Ihnen das? Wirkt der schwärzeste Tag der Erde. Wie fühlst du dich? Gut. Wenn man bedenkt, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schiss hatte. Zur entscheidendsten Stunde der Menschheit. Wir werden heiraten. Darauf kannst du dich nehmen. Bruce Willis. Billy Bob Thornton. Liv Tyler. Dan Affleck. Will Peppin. Und Steve Buscemi. Ach Mann, ist das abgedreht. Daran könnte ich mich gewöhnen. Sie haben alle Zeit gewählt. Noch 18 Minuten bis zur Nullmarke. Nicht mehr und nicht weniger. Wir gehen alle drauf, stimmt's? Tja, nicht jeder kann die Welt retten. Ja! Habt ihr gedacht, ich gebe auch? Ich gebe niemals auf. Das ist mein Tor! Hattelung! Ich lebe dich! Armageddon. Ich hab ne kleine Überraschung für dich, mein Sohn. Nein, 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 nein! Dad! Das kann nicht dein Ernst sein! Ja, stimmt. Du bekommst keinen Porsche. Ich sag dir mal was, Junge. Nicht der Fahrer sucht das Auto aus. Das Auto sucht den Fahrer aus. Das ist eine mystische Verbindung zwischen Mann und Maschine. Hey, das ist mein Auto! Oh mein Gott. Was Sie gleich sehen werden, ist absolut geheim. Guter Gott, was ist das? Wir werden angegriffen! Wir stehen vor einem Krieg gegen eine technologisierte Zivilisation, die uns weit überlegen ist. Unser Feind kann jede Form annehmen. Sie könnten überall sein. Von Regisseur Michael Bay. Nein, 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 nein! Back here! Und von Produzent Steven Spielberg. Nein! Er wird euch nichts tun! Ich fahre, du schießt! Du musst einsteigen, vertraue mir! Oh mein Gott. Josa! Ange! Wie geht's mit dir? Du bist wirklich ruinst mein flow jetzt, du kennst das. Du hast ein Problem. Es ist Bewegung, Mann. We have 15 minutes It's time Hit it Hello, boys What if I told you I know what happens when you die You become a ghost Buy more criminal records No more office parties Our stupid weddings The best part of being dead Is the freedom Not policies or politics No one touch, he's mine We answer To no one We could take out some truly evil people We stuck on the stairwell Guys, I got a bad idea Don't have bad ideas Have good ideas Was that a bad guy? These people were declared dead None of us will be remembered What's about to happen, Will Good things when you raise the bad ones, right? Who the hell are you? We're no one If they exist They can be made not Bobby, they have fighter jets You see them? Yes You see them? Yes Sorry for yelling Welcome to the world's biggest magnet Get out of your mind Grenade! I wasn't sure it would work I mean, I wasn't sure, sure I had a suspicion But I, uh This is all so fucking dangerous I didn't even know Was ist hier umgekommen? Libisches Visum. Amtlich. Aussteigen zur Überprüfung. Tut mir leid, Sir, das geht nicht. Aussteigen zur Überprüfung! Wie sehr willst du für dein Land sterben? Ich bin dazu bereit, hier und jetzt. Das ist Jack Silver. Jack. Er hat Ziels in Coronado ausgebildet, also kennt er sich aus. Willkommen im Club Med. Wir brauchen sofort Unterstützung. Wir werden überrannt. Die Botschaft wird angegriffen. Komm schon, Mann! Auf geht's! Wir müssen los! Wenn Sie nicht falsch hier sind, werden wir alle krepieren. Der Botschafter ist in Gefahr. Der Botschafter ist in Sicherheit. Sie sind nicht unsere erste Option. Sie sind unser letztes Mittel. Sie werden warten. Keiner von euch muss das tun. Aber wir sind die einzige Hilfe, die Ihnen noch bleibt. Ich bat um Luftunterstützung. Ist nie gekommen. Sie geben keine Befehle mehr, das hier ist meine Welt. Wir müssen 36 Leben retten. Das ist weiter. Das ist ein